Microsoft stellt mit den Windows Live Essentials eine Programmsammlung zur Verfügung, mit der Sie kostenlos die Funktionen von Windows 7 erweitern können. Unter anderem gibt es ein Messenger, ein E-Mail-Programm, ein E-Mail-Client und Windows Live Fotogalerie. Mit Windows Live Fotogalerie können Sie Ihre Bildschätze, die es auf dem PC liegen haben, verwalten und auch grundlegend bearbeiten. Nach dem Start von Windows Live Fotogalerie fragt Sie das Programm zunächst einmal, ob Sie künftig bestimmte Bildformate wie JPEG, TIFF, PNG mit Windows Live Fotogalerie öffnen möchten. Das können Sie ablehnen oder zustimmen, ganz wie Sie möchten. Wenn das Programm das erste Mal gestartet wird, durchforstet es bestimmte Ordner, und zwar die Standardordner für Fotos und für Videos, auf Ihrem Rechner und zeigt alle darin gefundenen Bilder und auch Videos chronologisch geordnet an. Sie können nun zu jedem Einzelnen dieser Bilder Informationen hinterlegen, also zum Beispiel Personenmarkierungen. In diesem Fall haben wir hierher ein Microsoft Manager. Sie können aber auch Geodaten hinterlegen, also zum Beispiel eingeben, wo Sie das Bild aufgenommen haben oder wo sich eben das Motiv dieses Bildes befindet. Dabei bietet Microsoft eine Reihe von Geodaten an, die Sie auswählen und direkt zuweisen können. Nach diesen ganzen Daten, eben Personenmarkierungen, Geomarkierungen, aber auch nach frei von Ihren selbst festzulegenen Markierungen, können Sie dann anschließend Ihre gesamten Bilder und Videos auf der Festplatte durchsuchen. Die Organisationsmöglichkeiten von Windows Live Fotogalerie finden Sie unter Start organisieren. Hier können Sie eben Personenmarkierungen vornehmen, hier können Sie die Batch-Personenmarkierung, alle Personen, die sich auf ein Foto befinden, in einem Rutsch erfassen lassen. Das haben wir hier bei diesem Teamfoto der PC-Welt gemacht. Sie können dann jede einzelne Person, die Windows Live Fotogalerie erkannt hat, benennen. Lange Liste, wie Sie sehen. Sie können die Bilder auch grundlegend bearbeiten. Also mal eins auswählen und dann drehen, die Größe ändern. Sie können ganz bequem automatisch anpassen. Standard-Anpassungsfunktionen nutzen. Die können Sie vorher definieren. Zum Beispiel, wie sie ausgerichtet werden sollen, wie die Belichtung festgelegt werden soll, wie das Kompressionsverfahren komprimieren soll. In dem Fall sind 98% bei JPEG voreingestellt. Also wirklich grundlegende Funktionen, auch Rauschminderung ist dabei. Dann die bereits erwähnte Suchfunktion, wo Sie nach verschiedenen von Ihren selbst festgelegten Tags die Bilder durchsuchen können. Und schließlich kommen wir zum Menü erstellen. Hier hat Windows Live Fotogalerie zwei wirklich spannende Funktionen für die Anwender versteckt, würde ich fast sagen. Und zwar Panorama-Funktion und PhotoFusion. Bei Panorama können Sie sich wahrscheinlich fast schon vorstellen, was man machen kann. Sie haben mehrere Aufnahmen eines Objektes, fassen die dann mit Panorama zusammen und erstellen daraus ein einziges großes Panoramabild. Und das zeige ich Ihnen jetzt, wie das geht. Und zwar haben wir auf unserem Rechner zusätzlich zu den Bilder- und Videosordnern noch weitere Bilder liegen in anderen Ordnern. Und die können Sie hinzufügen. Ordner zu Galerien zufügen, wählen wir hier. Kommt ein Auswahlmenü. Zufügen. Hier nehmen wir diesen auf. So. Jetzt haben wir weitere Bilder, die nicht in den Standortordnern für Bildern oder Videos gelegen sind, in Windows Live Fotogalerie importiert. Darunter eben auch vier Aufnahmen eines Nachbargebäudes, unseres Redaktionsgebäudes. Die haben jetzt alle markiert. Nun wählen wir Panorama. Und dauert es ein paar Sekunden. Das Panoramafoto wird montiert. Dabei werden die Bilder so angeordnet, dass sie sich leicht überlappen, sodass keine Leerstellen entstehen. Und es entsteht nun eine fertige Montage, die wir uns auch gleich ansehen. Et voilà. Klar. Mit vielen Einzelbildern ist es ein großes, durchgehendes geworden. Sehr schön. Die zweite spannende Funktion nennt sich PhotoFusion. Sie ist in erster Linie, würde ich mal sagen, für Gruppenfotos interessant. Sie kennen vielleicht das Problem. Sie haben eine größere Anzahl von Personen zusammenstehen. Wollt ein schönes Gruppenfoto schießen. Aber irgendwie eine Person läuft aus dem Bild, grinst in die falsche Richtung, lacht überhaupt nicht. Dann in diesem Fall nehmen Sie mehrere Fotos auf. Vom selben Standpunkt, also bewegen sich als Fotograf nicht, schießen die Gruppe mehrmals und fassen dann quasi aus diesen mehreren Aufnahmen ein optimales Foto zusammen. Wir machen das erstmal ganz vereinfacht mit unserer Teamassistentin. Zwei Bilder. Hängen wir aus. Auf einen lacht sie, auf einen anderen nicht. Wählen PhotoFusion. Wieder dauert das ganz, ganz kurz. So, dann sehen Sie auf einen lacht sie. Wir haben jetzt hier das weniger geglückte, auf dem es etwas grimmig reinschaut. Wir wollen das jetzt mit dem hier, mit dem lachenden Foto ersetzen und schon haben wir ein wunderschönes Ergebnis. Windows Live Photo Galerie arbeitet natürlich zunächst einmal mit den Fotos auf Ihrem PC. Sie können diese dann aber, wenn Sie fertig haben, nach Belieben auch online veröffentlichen. Idealerweise auf SkyDrive. Das ist der kostenlose Online-Speicher von Microsoft, aber auch auf Facebook oder Flickre. Ganz wo Sie die Fotos gerade benötigen. Windows Live SkyDrive ist der kostenlose Online-Festplattenspeicher von Microsoft. Microsoft stellt Ihnen einen 25 GB Speicherplatz zur Verfügung, auf den Sie von jedem Rechner aus zugreifen können. Einzige Voraussetzung, eine Internetverbindung. Der Zugriff erfolgt über einen Browser, idealerweise mittels dem Internet Explorer 9. Und damit Sie überhaupt Zugriff bekommen auf SkyDrive und Ihnen ein Konto zur Verfügung steht, brauchen Sie eine Windows Live ID. Die gibt es bekanntlich kostenlos. Wenn Sie sich angemeldet haben, dann können Sie SkyDrive auswählen. Vom Start weg sind mehrere Ordner, wie eigene Dokumente, öffentlich vorhanden. Sie können aber auch Favoriten aus Ihrem Browser hier ablegen und dann mit anderen Rechnern teilen. Und es gibt ein eigenes Verzeichnis für Fotos. Sie können hier in diesen Bereichen neue Ordner anlegen, sowie auf die Office Web-Apps, das kostenlose Online-Office von Microsoft zugreifen. Sie können also von vornherein beschließen, ich brauche jetzt mal eine Wörter-Datei oder eine Excel-Tabelle, können Sie hier anlegen, oder eben einen Ordner. Das machen wir jetzt mal schnell. Wir geben einen Namen. Dann laden Sie Dateien hoch. Das geht entweder per Track und Drop. Sie öffnen einfach ein Windows-Explorer-Fenster und dann laden Sie die Dateien rüber. Oder eben, Sie wählen das Upload-Menü. Die Datei. Weiter. Schauen Sie da. Wichtig bei SkyDrive, Sie können die Zugriffsrechte genau definieren. Also Sie können bestimmte Ordner oder Dateien für jedermann freigeben. Dann verschicken Sie einfach den Link per E-Mail oder per Instant Messenger an die Person, die auf die Dateien zugreifen soll. Sie können den Benutzerkreis einschränken, aber nur auf Ihre Freunde, Bekannten oder auf Ihre E-Mail-Kontakte. Oder Sie können sich alleine das Recht vorbehalten, auf Dateien zuzugreifen. So ist es hier voreingestellt. Freigeben für. Jetzt klicken wir mal da drauf. Dann sehen Sie hier die genauen Rechte, wer darauf zugreifen kann. Diese Benutzerrechte können Sie bearbeiten. Und zwar ganz bequem über einen Schieberegler. Und hier legen Sie nun fest, wer alles darauf zugreifen darf und welche Rechte konkret vergeben werden. Also sprich nur anzeigen oder auch bearbeiten und löschen. Sie sollten sich das vorher genau überlegen, welche Rechte Sie wem geben. Nicht, dass Sie dadurch Schaden erleiden, dass Dateien gelöscht werden, wenn die für Sie wichtig sind. Also verlegen Sie sich vorher ganz genau. Zudem können Sie hier unten in diesem Feld Personen einladen und Ihnen eben die Zugriffsrechte geben. Und ganz bequem, falls die Kontakte bereits vorhanden sind, aus der Kontaktliste auswählen. Danach speichern Sie ab. Wir wollen jetzt mal etwas restriktiver jetzt handhaben hier. Speichern ab. Der Link dazu verschicken Sie dann ganz bequem per E-Mail. So, gehen wir nochmal auf den Eingang zurück. Windows Live Sky treibt Sie nächstes mal eine Online-Festplatten speichern. Sie können also alles hochladen, was Sie wollen. Sie können aber auch direkt, wie bereits kurz angedeutet, hier Office-Dateien erstellen. Zeigen wir auch nochmal ganz kurz. Wenn Sie eine kleine Wörter-Datei erstellen wollen. Ah, ist bereits vorhanden. Nehmen wir einen anderen Namen. So, nun sehen Sie schon. In wenigen Sekunden wird automatisch aus SkyDrive heraus die entsprechende Applikationen von Office Web-Apps, also im etwas abgespeckten, aber kostenlosen Online-Office von Microsoft geöffnet. Nun können Sie hier ganz normal tippen, formatieren, wie Sie es im Word gewohnt sind, und am Schluss speichern. Das ist eine direkte Schnittstelle zu Office Web-Apps. Begegebener geht es gar nicht. Windows Live SkyDrive ist dann auch gleich der Speicherplatz für Live-Mesh, also die Synchronisationsfunktion für Ihre Rechner, eben für Office Web-Apps, aber auch für Fotos, die Sie mit Fotogalerie, einer anderen Anwendung von Windows Live Essential, bearbeiten. Die können Sie ja auch ablegen. 25 GB stehen Ihnen kostenlos zur Verfügung. Nachdem ich Ihnen Windows Live Fotogalerie ausführlich vorgestellt habe, sowie den kostenlosen Online-Festplattenspeicher SkyDrive, wollen wir uns jetzt noch ganz kurz Windows Live Movie Maker anschauen. Ebenso wie Sie mit den Live Essentials Bilder bearbeiten können, mit Fotogalerie, können Sie auch grundlegende Videobearbeitungsfunktionen nutzen. Ich habe Movie Maker bereits geöffnet. Jetzt nehmen wir einfach mal das von Windows 7 mitgelieferte Standardvideo. Das ist Wildlife in HD. Und das können Sie nun mit diversen visuellen Effekten aufpeppen und verändern und natürlich dann auch so abspeichern. Sie können Animationen einblenden, Übergänge beeinflussen. Sie können Musik hinterlegen, also eigene Musik. und dann geht es ganz anders los. Ihr fertiges Ergebnis können Sie dann, wie gehabt, auf SkyDrive ablegen, aber auch auf Facebook veröffentlichen. Das steht Ihnen alles standardmäßig aus Windows Live Movie Maker heraus zur Verfügung. Und Sie können Ihr Kunstwerk auch klassisch abspeichern. Stadt gewinnen. Zufall